In der heutigen XXL-News-Folge geht es um. Quiats Reifenschaden beim Großbritannien Grand Prix geklärt? Bottas bekommt Vertragsverlängerung? Geldstrafe und Punktabzug für Racing Point bzw. Stroll meldet sich zu Wort? Warum kommt Vettel nicht mit dem SF1000 klar? Das ist die Schwäche des Mercedes W11? Hürgenberg bestätigt Gespräche für 2021. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Erklärung zum Quiat-Vorfall beim britischen Grand Prix. Ein mechanisches Problem führte zu einer Überhitzung der Felgeninnenseite und verbrannte den Reifenwulst. Der Wulst konnte den Reifen also nicht mehr auf der Felge abdichten. Dies verursachte die Deflation, wobei der Reifen selbst keine Rolle bei der Ursache spielte. Valtteri Bottas Vertrag wurde erneut um ein Jahr bis mindestens Ende 2021 verlängert. So ein Vertrag ist für ihn der vierte in Folge. Dieser Vertrag beinhaltet eine Option auf eine Weiterbeschäftigung über 2021 hinaus. Laut Toto Wolf erleben sie dieses Jahr den bislang stärksten Valtteri auf der Rennstrecke, physisch, mental und er spielt eine sehr wichtige Rolle für deren gesamte Mannschaftsleistung. Die Vier hat ein Urteil im Fall Renault gegen Racing Point gesprochen, das da lautet, die hinteren Bremsbelüftungen bei den Pinken sind nicht legal. Die Strafe fällt wie folgt aus. 400.000 Euro Geldstrafe und ein Abzug von 15 WM-Punkten für das Team aus Silverstone. Also 200.000 Euro und 7,5 WM-Punkte pro Auto. Die Strafe gilt aber nur für den zweiten Spielberg Grand Prix. Für den Ungarn Grand Prix und den Großbritannien Grand Prix werden aber keine extra Strafen ausgesprochen, sondern jeweils nur Verwarnungen. Racing Point wird gegen dieses Urteil in Revision gehen. Übrigens, die Vier wird nächstes Jahr nach Ammer Formel 1 Fahrzeugdesigns verbieten, um zu verhindern, dass Teams das tun, was Racing Point getan hat. Am Sonntag hat sich Lawrence Stroll zu Wort gemeldet, indem er sagte, dass diese Anschuldigungen völlig inakzeptabel und nicht wahr sind. Er sei auch entsetzt darüber, wie Renault, McLaren, Ferrari und Williams diese Gelegenheit genutzt haben, um Berufung einzulegen. Außerdem erklärt der 61-Jährige noch nie in seinem Leben bei irgendetwas betrogen zu haben und meint, dass das Team nach 30 Jahren im Außenseiterposten mit einer fantastischen Gruppe von Leuten weit über sein Gewicht hinausgeschlagen hat. Des Weiteren fügt er hinzu, dass eine spezifische Anleitung oder Klarstellung seitens der Vier, wie dieser Übergang zu den gelisteten Teilen im Geist und in der Absicht des Reglements, gehandhabt werden könnte, fehlt. Laut seiner Meinung würden sie den Namen Racing Point durch den Dreck ziehen, was er weder ansehen noch akzeptieren werde. Stroll kündigt an, alle notwendigen Schritte einzuleiten, um deren Unschuld zu beweisen und wirft den Teams Unsportlichkeit vor. Er verstehe, dass die Situation, in der sich die Vier befindet, aus vielen Gründen schwierig und kompliziert ist, aber er respektiere und schätze auch ihre Bemühungen, eine Lösung im besten Interesse des Sports zu finden. Renault wollte nach dem Rennen wieder protestieren, zog diesen aber wegen der Verwarnung zurück. Bei Sebastian Vettel ist in dieser Saison der Wurm drin. Nicht nur, dass sein Teamkollege Charles Leclerc 33 WM-Punkte mehr als er hat, sondern er hat auch deutliche Probleme mit dem Auto. Egal, was man bei seinem SF1000 versucht, nichts scheint einen Durchbruch in der Rundenzeit zu bringen. Vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass Ferrari 2020 42 PS weniger als Mercedes hat und 2019 68 PS mehr als die Marke mit dem Stern. Selbst das flache Stellen der Flügel habe nichts geholfen, was dann wieder zu Übersteuern tendiert, weil das Heck früher lose wird als die Vorderachse. Das heft Vettel nicht und Leclerc viel. Ferrari will einiges ausprobieren bzw. analysieren und die beiden Grand Prix Waren, was das Setup angeht, eine sehr aggressive Wahl der Flügeleinstellungen. Beim Spanien Grand Prix bekommt Vettel ein neues Chassis. 2019 hatte Mercedes mit der Kühlung zu kämpfen, was man besonders bei der Hitzeschlacht beim Österreich Grand Prix sehen konnte. Dieses Problem hatte man 2020 lösen können, dafür gibt es jetzt ein anderes Problem, nämlich die Reifen. Wie man beim 70 Jahre Grand Prix in Silverstone sehen konnte, hatte Sieger Max Verstappen auf seinen harten Reifen kein Blistering gehabt, während die Reifen der beiden Mercedes vollständig hinüber waren. Beim Blistering bilden sich Blasen auf der Lauffläche des Reifens und dann muss der Fahrer frühzeitig entgegensteuern, damit er den Reifen nicht komplett verliert. Das schafft man zum Beispiel mit weniger Beschleunigen in schnellen Passagen. Toto Wolff erklärte, dass sie zu viel Downforce eingestellt haben. Im Regen und bei kaltem Wetter sei das gut, da der Reifen ins Betriebsfenster kommt. Bei heißen Temperaturen geht das über dieses Betriebsfenster hinaus. Bereits in Runde 6 funkte der Mercedes-Kommando-Stand an die beiden Fahrer, dass sie auf ihre Reifen aufpassen sollen. Hamilton war nach dem Rennen von Verstappens Reifen überrascht, die sehr gut aussahen. Der Brite meint, sie müssten herausfinden, woran das liege. Mercedes versucht in Barcelona durch Feintuning den Reifen ein bisschen zu entlasten. Bis zum nächsten Grand Prix in Barcelona will Mercedes die Autos in den Simulator stecken und die ersten Meinungen gibt es bereits. Der Weltmeister fordert entschlossenes Handeln von Mercedes. Die Reifenplatzer vom Großbritannien-Grand Prix waren kein Zufall, obwohl es da andere Reifenmischungen gab. Nico Hülpenberg hat bestätigt, dass er hinter den Kulissen mit einigen Teams über ein Stammcockpit verhandelt. Bei einigen war es nur Smalltalk, bei anderen ging es um die Zukunft. Welche Teams genau, wurden nicht genannt. Bisher sei aber noch nichts Konkretes, in ein paar Wochen wissen wir aber mehr. 2019 hatte er mit Haas verhandelt, stand jetzt während unter anderem bei den Amerikanern, bei Alfa Tauri oder bei Alfa Romeo Plätze frei. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich hatte bei Queerat eigentlich mit einem richtigen Reifenschaden gerechnet, dass er sich beim Überfahren eines Köpfs zugezogen hat, also Schnitt im Reifen oder so etwas, aber gut, jetzt weiß ich mehr. Freut mich für Bottas, obwohl Mercedes eigentlich Nägel mit Köpfen machen könnte und dem Finnen mal einen mehrjährigen Vertrag geben könnte. Denn das ist sein vierter Einjahresvertrag in Folge. Was Racing Point und die Strafe angeht, bin ich der Meinung, dass ihnen die 400.000 Euro weniger wehtun, als die 15 WM-Punkte, die ihnen abgezogen wurden. Die Worte von Stroll waren doch echt hart und auch deutlich. Aber es ist ja noch nicht vorbei. Vettel und der SF1000, ein Duo, was nicht passt. Für mich ist es sowohl die Balance des Autos, als auch die fehlende Power des Ferrari-Aggregats, was da nicht passt. Sie müssen da ganz schnell reagieren, damit sie noch etwas retten können. Ich war doch sehr verwundert, wie sehr der W11 die Reifen in Anführungszeichen aufgefressen hat. Denn das liegt meiner Meinung nach definitiv an zu viel Abtrieb, denn wenn der Reifen zu sehr auf den Asphalt gepresst wird und der wiederum sehr heiß ist, dann gehen die Reifen echt in die Knie. Red Bull scheint da alles richtig gemacht zu haben und hat da wohl auf etwas weniger Abtrieb gesetzt. Nico würde ich ab 2021 gerne wieder Vollzeit in der Formel 1 sehen. Was denkt ihr? Für welches Team könnt ihr er fahren und wen ersetzen? Schreibt es in die Kommentare. Ach übrigens, falls ihr es noch nicht wusstet. Ross Braun hat bekannt gegeben, dass er 2013 Nico Hülkenberg zu Mercedes geholt hätte, wenn Lewis Hamilton den Wechsel damals abgelehnt hätte. Diese Info habe ich by the way von Twitter. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Giuliano Kult. Er schreibt zum Thema Formel 1 2020 bzw. Bugs. No front, aber seid froh, dass überhaupt noch jemand Formel 1-Spiele entwickelt. 2007 und 2008 gab es kein Game, weil keiner die Lizenzen wollte, bis Codemasters sich 2009 die Lizenzen von der FIA und den Teams geholt hat und die sind nicht gerade günstig. Klar sind Bugs mies, aber Patches dauern ihre Zeit. Das Game ist nicht mal einen Monat draußen. Keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter die Patches machen, aber das dauert. Das sind auch nur Menschen, also sollte man froh sein, dass es noch das Game gibt. Ich gebe dir recht, dass es auch nur Menschen sind, aber Giuliano, wir reden hier von einem millionenschweren Unternehmen mit sicherlich Dutzenden von Mitarbeitern, die für die Programmierung zuständig sind und nicht von einer kleinen Firma mit 10 Mitarbeitern. Die Bugs in Übermenge sind nicht erst seit 2019 oder 2020 im Game, sondern seit 2016. Dieses Game ist das fünfte in Folge, wo es schwere Bugs gibt, die mir den Spielspaß versauen. Der Satz, dass wir froh sein sollen, dass es überhaupt jemand entwickelt, teile ich gar nicht. Sie wollten die Lizenzen, haben sie vor elf Jahren erworben und sind für die Spieleentwicklung zuständig. Es gab auch schon Patches, die drei bis vier Wochen gedauert haben und als dieser herauskam, wurde eine einzige Sache gepatcht, die nicht mal wichtig war. Da komme ich mir als zahlender Kunde extrem verarscht vor. Codemasters sollte sich da definitiv mal mehr Mühe geben. Am Montag kam mit dem Patch 107 eine Liste heraus, was alles behoben wurde, was ich euch hier mal einblende und auch übersetzt habe. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.